na sicher du weißt dass du ausrüstung für das spiel brauchst ja meine idee ist die ausrüstung mit neuralen impulsen eines spielers zu verbinden alle sinne werden aktiv sein du wirst alles fühlen geruch berührung schmerz normalerweise kannst du das ausmaß anpassen indem du alles fühlen willst du machst witze das war deine idee du machst witze oder nein mache ich nicht glaubst nicht dass ich zu sowas etwas fähig bin nein das habe ich nicht gesagt habe ich nicht so gemeint er lehnte leicht den kopf zur seite und sah mich an anscheinend wurde ich wieder falsch verstanden aber wie üblich wenn ich in einer solchen situation werde würde ich meine worte verlieren werbung minecraft werbung endlich mal eine sinnvolle werbung die könnt ihr mir ja fast anziehen an sie anschauen bitte schalten sie nicht aus da suke begleitete mich zu meiner tür und hielt die ganze zeit meine taschen mit dem essen ich entriegelte die tür und dankte ihm für seine freundlichkeit er stand einfach da und bewegte sich nicht tschüss da ist okay nochmals vielen dank dass du mir geholfen hast es ist nichts ich würde das immer für dich tun ich nahm meine tasche mit lebensmitteln von ihm und brachte sie herein tschüss 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 okay jetzt schaut eigentlich so aus wie wir es dann schon mal ausschauen ich lief in den raum und schlug die tür zu ich weiß nicht wie ich in diesen situation reagieren soll ach nein ich habe vergessen ihm das geld zurückzugeben schicke ihm eine nachricht ich werde ihn über das geld schreiben er antwortet ein handy im handy hey keine sorge das geld interessiert mich nicht ich bin froh dass ich dir helfen konnte ich habe das essen in den küschern gelegt und dann habe ich mir das abendessen vorbereitet mama war noch bei der arbeit so dass die wohnung unheimlich ruhig war deshalb habe ich die lautstrecke auf dem fernseher aufgedreht und ging mein laptop holen ich fand eine weitere eine weitere nachricht von meiner mutter auf dem monitor jesse ich bin auf einer geschäftsreise für zwei tage du findest geld in der küche zusammen mit der einkaufsliste gut das heißt ich bin in den folgenden zwei tagen allein wenn ich allein bin normalerweise schalte mein laptop ein spiel schattenzeit ich zögerte nicht eine sekunde ich schloss die tür meines zimmers nur für den fall meine ganze welt ist nur meine mutter es ist kein wunder warum ich so zurückhaltend und distanziert von der realen welt bin ich doppelt klickte auf das symbol und startete schattenzeit ich zog meine handschuhe und meine brille an ich kann jetzt kaum erwarten meine eigene welt zu schaffen mein neues ich müssen wir jetzt den charakter noch mal erstellen jetzt weiß ich nicht ob wir den so einfach wegklicken können schattenzeit schattenzeit das zweite mal ging ich noch weiter als bloß einen avatar zu erstellen der raum in dem ich mich befinde ist so dunkel das einzige das ich ausmachen kann sind drei türen von mir ich mache dir einige schritte vorwärts und hörte ein willkommen willkommen lina bevor du deine reise beginnst musst du dich für deinen weg entscheiden wähle bedacht denn du hast nur diese möglichkeit nur einmal es macht mir angst okay ich bin bereit mich zu entscheiden das sollte eine einfach entscheidung sein aber soll ich einfach so durch die tür gehen es befindet sich ein dreieck auf der ersten tür auf der zweiten befindet sich ein kreis und auf der dritten eine vertikale linie ich kapiere es nicht wie können diese symbole nur irgendetwas bedeuten es ist zeit dich zu entscheiden welchen weg du willst vor dir befindet sich eine schatulle mit symbolen darin für alle türen die du vor dir siehst alles andere hängt von dir ab ich öffnete die schatulle darin befanden sich drei karten mit symbolen darauf und jedes der symbole stand für eine der türen welche karte sollte ich nur lesen na toll woher soll ich das wissen die weiß ja nicht um was geht nehmen wir mal einen kreis die karte mit dem kreis auf der rückseite besagte jeder ist willkommen doch niemand bleibt lange auf der karte die mit den linien gekennzeichnet war stand ich verstecke dich doch vielleicht ist es für immer und ewig ich nahm die karte mit dem dreieck in der hand und glas was darauf stand der ort für jeden doch das zuhause von niemandem dann immer das dreieck ich gehe durch die tür mit folgendem symbol darauf dreieck der j ort für jeden doch das zuhause von niemandem ist meine entscheidung ich stand von der tür und berührte sie mit meiner hand in diesem moment begann der gesamte raum sich in luft aufzulösen was einem atemberaubenden anblick bot der raum war fort der ort für jeden doch das zuhause von niemandem ich befinde mich vor einem riesigen tor aus eisen das von zwei wachen in schweren glänzenden rüstungen gewacht wird ich drehte mich um und sah in die fahne die wälder deren umrisse langsam verschwommen und verschwanden ich kann wohl nichts tun außer geh zu den wachen ich werde auf die wachen zu gehen und versuchen das dorf zu betreten wo kann ich auch sonst hingehen ich hatte noch nicht einmal das tor erreicht als die waren sich vor mich stellten sie sagten kein wort doch ihre haltung war eindeutig verschwinde ich sollte als erstes die umgebung um mich kennenlernen wow beeindruckend das gesicht ist cool ich habe schon viele spiele gespielt doch keines davon lässt sich damit vergleichen welche gefühle diese bilder in mir vorrufen informationen über meinen spielstand erscheinen vor meinen augen das ist das erste level das ist enttäuschend doch ich bin mir sicher dass ich sehr schnell fortschritt machen werde ich könnte diese spiele mit geschlossenen augen spielen ich entspannte mich denn die welt in der ich mich befand schien zu sicher und anziehen ich bemerkte unruhe und sah dass eine gruppe von spielern in der fahne miteinander kämpften ein mädchen versuchte sich zu befreien und sich zu retten was zum jemand rennt ihr hinterher in diesem moment ertönte mein alarm große rote buchstaben erschienen in der rechten ecke meines blickfeldes spiele eines höheren levels in der nähe vorsicht geboten vielen dank für die warnung ich weiß dass was was ich in diesen fällen tun muss hier bleiben verstecken in dem fall glaube ich einfach verstecken ich muss mich verstecken doch wo der eingang zum dorf ist verschlossen ich kann also nur in richtung der welt erennen sie kommen näher ich denke dies ist mein glorreicher beginn dass dies mein glorreicher beginn sein wird und gleichzeitig das ende davon schattenzeit zu spielen rekord gebrauchen 10 minuten und 20 sekunden gespielt ein spieler eines höheren levels hätte das mädchen beinahe erreicht doch ihre lüstung war leichter und sie war schneller sein schwert verfehlte sie nur knapp und dann passierte etwas ungewöhnliches sie verschwand himmel wie hat sie das nur gemacht sie ist unsichtbar der erfahrene krieger hatte sein ziel aus den augen verloren und war außer sich vor wut in diesem moment erblickte er mich nein nein mama sagte mal jesse aller anfang ist immer schwer doch du wirst es überleben im moment würde ich darauf nicht unbedingt wetten ich muss rennen ich habe keine andere wahl was könnte ich sonst tun als in richtung der wälder zu rennen mich dort zu verstecken ich muss zugeben wenn auch nicht sehr heldenhaft ich habe vor zu überleben in welcher richtung soll ich gehen gehe nach rechts gehe nach links gehe geradeaus ich sehe viele äste und gestripp auf dem boden jemand muss erst kürzlich hier vorbeigekommen sein ich bin nicht sicher ob der spieler mit dem höheren level mir gefolgt ist oder nicht ich kann kein risiko eingehen ich habe einen platz gefunden um mich zu verstecken ich habe gehorcht ein glück ist mir nicht gefolgt werde er mir gefolgt hätte ich ihn aufgrund seiner rüstung gehört ich stieß einen erleichterten seufz da aus doch leider zu früh es war bereits zu spät als ich bemerkte dass die büsche um mich herum sich bewegten jemand kam von hinten auf mich zu und hielt einen doch an meine kehle okay das sind aber jetzt andere haare zwar die gleiche rüstung aber andere haare wer bist du warum folgst du mir ich bin dir nicht gefolgt ich bin lina ich habe das spiel betreten kurz bevor du in die wälder geht davon gerannt bist ich bin nicht davon gerannt ich renne von niemandem davon so sah das für mich zwar nicht aus doch ich kann es dir nicht vorwerfen sprich warum folgst du mir legt ihn doch weg und wir können reden du machst nicht die regeln vertrau mir ich habe das spiel gerade erst bekommen ich habe keine ahnung sie lockerte ihren griff ein wenig und ich konnte endlich wieder atmen doch nur für einen kurzen moment im nächsten moment warf sie mich zu boden sie drückte mit ihrem fuß auf meine lunge und schrie sprich ich weiß nicht wer du bist ich weiß nicht einmal wo ich bin das ist alles was es zu sagen gibt ich habe mehr von dir erwartet hast du vielleicht einen kampf erwartet witzig du kämpfst mit dem was du zu was du hast ich kann sehen dass du ein anfänger bist doch du hast für den anfang genug gesehen ich kann sehen dass du ein anfänger bist doch du hast für den anfang genug ich weiß nicht was du meinst du denkst die tatsache dass ich dich gesehen habe ist schlecht du konntest mich nicht sehen aber du hast gesehen dass ich weg gerannt bin und aber ich bin davon gerannt als ich ihn in seiner schweren rüstung gesehen habe ich hätte ihn besiegen ich hätte ihn besiegen können doch ich hatte keine zeit sie packte den deutsch zurück in den halfter und entfernte sich mit schnellen schritten von mir das war's du lässt mich einfach so hier willst du einen guten rat hören folg mir nicht ich warne dich warte wie hast du dir unsichtbar gemacht das hast du mir nicht erzählt haa o anfänger auf wiedersehen ich stand auf und wische den dreck von mir ab ich wusste dass ich nicht zu lange in den wäldern schutz suchen konnte und dass ich mehr als alles andere waffen brauchte was für ein start das kann nur ich haa o haa o haa o haa o